Hi Leute, wir sind's wieder, die Rankors von Batellion Productions. Nein, Spaß. Ja, also heute mit einem Unboxing und zwar vom Tausch mit Yufruit. Ja, ein cooler YouTuber, den müsst ihr auf jeden Fall abonnieren. Klickt einfach in der Beschreibung auf seinen Kanal-Link und oben diesen weißen Button draufklicken und dann habt ihr ihn abonniert. Oh ja, du kannst ja mal sagen, was wir gegeben haben. Ja, also wir haben das mal nicht losgeschickt, das werden wir wahrscheinlich heute oder morgen machen. Ja, es ist heute angekommen halt, das Paket. Und zwar haben wir getauscht, also beziehungsweise ich sag jetzt, was wir ihm gegeben haben. Und zwar haben wir ihm die Muni mit Lichtschwert, die Neswinde mit Lichtschwert und Anika mit Lichtschwert werden wir ihm geben. Plus zusätzlich Extras. Wird's auch nicht verraten. Genau, die kann er sich vielleicht, er weiß das ja schon. Ja? Ja, er hat's erraten. Cool. Und ja, wir haben dafür vier Figuren bekommen. Eine davon ist sehr wertvoll. Ja, dann kannst du das ja mal ausschütten hier vor. Ja, also das sind die Figuren. Ähm, ein Medidroiden. Das ist echt Hammer, der ist echt sehr cool. Ähm, ja pack mal einfach aus. Ich helfe dir mal. Ja, also wir haben einen Gangensoldat bekommen. Ähm, ein Horn Company Trooper. Davon kriegen wir ja noch zwei von Jessie der Klo. Ja. Kommt jetzt zumindest. Ich müsste mal wieder schreiben. Ja. Und ja, dann einen Moment, wir stellen das jetzt hier gerade alles auf. Achso, ich hab schon einen fertig. Also der Medidroide sieht schon mal sehr cool aus. Und das ist auch sehr wertvoll. Also, cooler, das freut uns jetzt echt, dass wir den bekommen haben. Wir haben schon lange drauf gewartet. Genau. Der ist nämlich sehr wertvoll. Und Horn Company Troopers. Ja. Und was? Also, das ist halt der Tausch, ähm, die Figuren. Die sind, ähm... Sehr gute Verfassung. Sehr gute Verfassung, ja. Moment, ich muss mal hier kurz... So. Ja, also die Figuren sind sehr gute Verfassung. Das ist natürlich wieder mal ein bisschen blass hier oben. Das ist ja, haben Lego nicht so gut gemacht, dass die Horn Company Trooper alle so ein bisschen unterschiedlich aussehen von Farbe her. Aber sind die auch in echt nicht, also... Ist ja nicht so schlimm. Der Arftrooper. Ja. Den... Ja. Den... Medidroiden. Der ist sehr cool. Immer noch. Ja. Also, ich krieg mich hier kaum noch ein. Der ist wirklich... auch... Schöne Verfassung. Ja. Und dann noch der... Ja. Davon brauchen wir immer noch welche. Wir wollen ein fettes Niveau noch irgendwann mal bauen. Genau. Und... Ja. Ja. Also... Tauschpersonupdate laden wir auch gleich noch hoch. Aber Empfehlung an Y-Niveau. Und noch eine ganz kurze Info. Wir hatten gerade... Hatten wir? Ja. Achso. Ja. Wir hatten gerade... Meine Schwester, Jemmys Lego Girl, hat gerade ein falsches Video hochgeladen bei uns auf dem Kanal, was sie eigentlich bei sich planen wollte. Ähm... Ja. Also nicht denken, dass wir das sagen. Genau. Ja. Okay. Okay. Wir schicken eins los. Du kriegst alles... Ebenfalls auch wie das Gewinnspiel von Lego Blei 11. Da sind wir bis jetzt noch nicht zugekommen. Aber da ich jetzt zwei Päckchen gleichzeitig zur Post bringen kann, lohnt sich der Weg dann auch mal. Und ja. Gut. Dann verabschieden wir uns. Abonniert Y-Niveau Fruit. Sonstige Abomempfehlungen an TheMockMaker363, LegoStarsFeed333 und CommanderGreen99. Und LegoDain1997. Abonniert, kommentiert und befertigt. Wah! Bis jetzt!